ja hi und willkommen mein name ist an iro lp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of sparrer die definitiv edition wir stehen wir sehen könnt hier vor dem finalen boss obwohl ich glaube ich bei tschuldigung beim letzten mal gesagt habt wir gehen noch ins kochduell und ja das habe ich ehrlich gesagt gemacht und auch schon aufgenommen aber ich habe auch gesagt irgendwie ich weiß was ich noch mit dem rest des parts mache im letzten part aber das werden trotzdem dann noch irgendwie weil ich ein zu kurzer part gewesen und ich habe auch im internet mal nachgeguckt ob es wie fast jedes andere mini spiel in dem spiel hier irgendwie wichtig ist ob man überhaupt gewinnt oder nicht und ja werde ich aber auch alles glaube ich noch mal erklären wenn wir dann dem part sehen im nächsten part also wenn er hat alles sieht im nächsten part und ja was jetzt was ich jetzt also plan ist ich habe jetzt schon zehn minuten aufgenommen aber ihr dabei hat da habe ich dann auch gesagt soja ich habe trainiert und so bin jetzt level 90 und so haben partie gefarmt aber natürlich jetzt hier nicht noch mal zusammenfassen ich habe kritische natürliche treffer titel gefarmt aber das habe ich auch alles schon erklärt in diesen zehn minuten und ich möchte jetzt nicht noch mal erklären hat werdet ihr an alles im nächsten part erfahren alles was ihr wissen müsst ist das den nächsten part den ihr seht hat noch stattgefunden vor diesem finalen boss und ja den hänge ich dann nach diesem part hier an und hoffentlich schaffen wir jetzt auch ducke zu besiegen weil ich bin jetzt level 90 ich habe ich habe übrigens hier noch gefunden und ja guck mal hier rein ich habe jetzt nichts besonderes weil also nicht ich möchte jetzt nicht so lange jetzt hier noch was machen bevor wir in dem finalen kampf gehen aber ich dachte mir du nimmst jetzt hier mal auf watia noch gefunden hast ne und hoffentlich finde ich irgendwie weil nicht die letzten puppen noch die mir noch fehlen für dieses robot game von repeat sieht bisher schlecht aus deiner mitte ist irgendwie was hier glänzende da man mal da ist auch schon bei geiles netz auf eine ultimative waffe oder so die mir ja dieses ganze problem erst mal eingebaut haben dass ich überhaupt nicht weiter kann so auf den armen nehmen sagt gasten mit nicht so was hat sich hier war ich schon ich glaube ich glaube es ist nichts mehr das war amulett und lorbeer habe ich bekommen amulett das hätte glaube ich für alle staatsdingern ja das könnte vielleicht nicht schlecht sein kampf gegen duc aber ja schafft man schon so ich plane ja jetzt rein zu gehen und den feld zu machen weil es lächerlich langsam ist level 82 bis 90 dafür jetzt zu schaffen sein oder ich habe mir außerdem sehr viele gedanken jetzt um die fertigkeiten gemacht normalerweise habe ich hier zum beispiel lebens und mental bewusst ausgerüstet aber das sind alles sachen die nach dem kampf passieren hier geist teiler auch das sind so meine standard sachen aber es gibt ja nach keinen nach dem kampf ich meine okay die ersten beiden phasen danach ist irgendwie ein kampf ende aber das bringt es jetzt nicht so stattdessen einige andere sachen eingepackt wie das hier zum beispiel was sozusagen bedeutet so wie ich das verstehe du benutzt nur weil ich zwei über limits aber möglichkeit hast du über die mit drei jetzt erreicht was nicht schlecht ist sondern noch ein paar andere sachen hier weil ich könnte euch mal angucken wenn ich hier so als ausgerüstet habe ich habe viel auf abwehr und so gemacht viel resistenz gegen staats beschwerden magische beschwerden wo ich nicht genau weiß was der unterschied zwischen denen ist aber ja hier natürlich immer noch das gleiche team juri flinnen rieter und ist und ja so ist mein setup könnt ihr auch pausieren wenn er sehen wollte man sich als ausgerüstet habe und so da habe ich ausgerüstet ich habe bis auf rita glaube ich alexandrit gegeben allen vielen ring damit mehr zaubern kann ich habe glaube ich noch bei ihr ja ich habe ja noch alles abgestellt außer die super dinger ich bin natürlich dass sie alle möglichen dinge ja auch fährt aber ihr habe ich auch alles abgestellt wieso aber ich bin ja alles abgestellt was ich gar nicht mehr so natürlich noch alles an okay so kann ich jetzt den finalen boss matitel wer gut ich hoffe wir gewinnen diesmal wir es gibt natürlich alle cut scenes hier weil wir schon zweimal gesehen haben einmal eigentlich nur und ja gehen wir rein in den kampf mache ich ihnen jetzt werde ich oder schon zweimal gesehen also dieses mal schaffen wir den ersten beiden dinger sind natürlich kein problem aber die dritte phase ich glaube beim erstmals die begegnet bin sehe ich habe ich sowieso irgendwie nicht also nicht angestrengte überhaupt zu gewinnen gebe ich auch zu aber diesmal ändert sich statt so wir machen direkt mal magisches auge nach den jahr ich habe ich überlebt viel erreicht obwohl ich drei benutzt haben ist ja eigentlich so ein bisschen schade ich drücke x die einfach dass wir sind noch am reden so das sind schon mal 200.000 fast gewesen ich habe noch mal überall mit 1 reichen warum abweicht dieses ding ist okay ja er hat mich so eine kombo den ganzen bestimmte art von kombo erreicht habe dann geht der ins übernimmert glaube ich so das ist natürlich jetzt gar kein problem hier zu machen das ist eine beschwerde noch mal bis jetzt auch noch nicht vom hals merkt gerade aber kommt mal okay aber auch nicht wie dies gemacht wird jetzt mal ganz ehrlich da wirst du dafür bestraft dass du irgendwie sehr ordentlich beim ersten spiel ich auch hier gespielt hast dann bist du ja rein gelockt sag ich mal eingesperrt diese in dieser diesen finalen kam ich noch extra hier irgendwie hoch trainieren überhaupt das spiel durchzuspielen wenn ich nicht so dolle ja erste phase überhaupt kein problem aber ich werde manchmal überlebt hier einsetzen ja ich habe noch mal 28 verlaufen können ich glaube dann kommt das wiesig überlebt ja du kannst mir die abbrechen ich habe immer weiter angehalten und so kann ich dagegen tun so das wäre schon mal mit der ersten form so jetzt wird es anfangen ein bisschen nervig zu werden war schon das mal gesehen so auf die zweite form jetzt wird es nervig und ich gebe jetzt überlebt wenn er ist ja nichts dagegen da fängt schon an zu zaubern hat schon wieder nicht geklappt kommt mich so an ich habe nichts gehört man kann das doch nach dinge einsetzen nach sechs für sieben dinge an hey so 65 60 level ich wollte schon sagen wir kommen jetzt auf 65 habe ich da gelesen naja jetzt war es ja nicht ihren fehlring ausgerüstet hat dauert das doch ein bisschen länger kürzer bis ihre tp aufgemacht hat selbst hilfe bitte ich bin einziger irgendwie schaden hier frisst merke ich gerade unser erstes spezifisch wenn ich mal noch zehn haben möchte nochmal erwähnen und der pf ich überhaupt irgendwas machen kann ich überlebt müsste gerade sagt warum bin ich dadurch gestorben ich kann ich jetzt schon weiß ich meine ganzen tränke des lebens ja vorbei an welcher nicht weiß wie schwierig das gleich wird mit der dritte form und ich weiß nicht ich habe es ja schon erlebt aber trotzdem das sei jetzt nicht unbedingt ja 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 ich bin ein bisschen konzentriert wie man natürlich sie vor jetzt in meiner abgeschossene abgeschlossene versieger ist da fast die elfte haben wir schon abgezogen mit sehr wenigen problemen bisher naja ich meine dinge zu ab noch gott sei dank dieser beschwerde geheilt so er macht noch einmal leckerei so ein bisschen augen begreifen ist so wie man gemacht muss in dem kampf nicht so ist die kette für alle und wo noch hier geblieben naja ehrlich geht gut nein jetzt habe ich schon wieder die dinge verballert das gibt es nicht musste ja ausgerechnet passieren jetzt wieder so lange hat nicht in der dritten form welcher passiert habe ich ja nichts dagegen hier können wir uns noch fehler erlauben der form würde ich sagen macht die form jetzt auch nicht so sehr viel spiel finde ich jetzt ich komme auch nicht dazu den nun hier zu kommen und den hier folge da kommen gibt eine mystische art denkt hat müsste letztes mal sein dafür die sehen ein watt macht man statt der kampf aber zwei leckereien vor ballad ich habe mir voll mit kombus zune und kriegt trotzdem irgendwie keine kommen treffer anzuhalten nach verschwere hier in dem spiel oh mein gott ehrlich halb ich mal jemanden bitte danke jemand meint natürlich ist hier vom deck also ich hau die neben dem treffern gut aber ich kriege immer nur drei vier treffer er ist völlig fach gibt es jetzt nicht da junge also kannst du mal wenigstens so tun natürlich angreifen oder so und er noch ein bisschen schad ich hier von dem dinge zahlen nein hallo genau diese kombi habe ich von der habe ich mich gefürchtet gemacht weil zum glück macht er immer erst vor sein und wenn er danach wachen würde oder sterben würden dann würde ich nicht so toll finden er waren die mit sag ich war auch mehr schaden jetzt mit denen die fertigkeit drin haben aber junge lasst dich doch mal ketten geht bei der macht uns ja kaum schaden da eigentlich nicht schade bei final fans design ist schade dass jeder boss hat dass jeder finale posten final fans ja wegen so eine fähigkeit wo du eine ap1 reduziert kommst jetzt macht der hause war da haben wir jetzt schon zum dritten mal gehört ich habe diesmal können wir den auch erledigen die katzen dass ich noch mal an weil ich die voll cool findet den farbwechseln also was aber jetzt nein ich denke wieder wahr geben müssen wir sogar die schweifel drachen gesagt da jetzt kommen jetzt muss ich dann aber auch schaffen kollege so cool aus leider kampflichen diese perspektive läuft diesen farbwechsel momentierten farben ich kann mich sehen die oberen dass sie die katastrophäische ja dann komme er mein gott unsere todeswaffen jetzt stark geworden wo sie es irgendwie nicht stärker wo sie irgendwie nicht stärker geworden sind das wäre so ein donat in flensschwert gegen jetzt bett dass sie im kampf gewinnen ja was ich machen muss so schnauze voll jetzt gibt es ja einen kragen pass mal auf ich bin immer noch klar und jetzt hier mal auf die fresse gibt es auch nicht glaube ich nicht einfach er hat er macht uns menge schaden da ich bin ich mal gerne analysieren aber das bisschen bin ich 82 wird schon gehen nur voll viel hohe werte und so aber wieder warum kommst du so nah an und zahlen das ist mal schafft man hat ich habe das gefühl spüre es meinen länden und wie macht er nicht besonders viel dafür sind die ganze zeit zu zaubern aber ich hatte in die ganze auf ja ich glaube wenn man im fett ist macht aber den seine mystische art macht ob dieses schaden hat gar nicht das wort alle wenn da sowieso getroffen also also ich werde auf jeden fall daran drücken außerhalb nein okay da macht mich so viel schaden rieter warum musstest du noch ausgerechnet es zählt sind in sicherheit also ja warum so habe ich mal so hätte ich dich angreifen kann es zählt und sie will alle hoch heilen hier weg von der schon wieder er will ziemlich verarschen urknall hallo da kann man nicht so schnell hintereinander ein bisschen schade einsetzen also voll verpackt solchen dagegen machen immer noch über die mit schaden aber er kann jetzt nicht so schnell wie er ein mystischer art nicht losballern er das wäre ein bisschen punkt wäre mein gott siegel 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 trunk war das ja 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 ich habe ja 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 er macht so viel schaden wir haben noch alles teile also richtig wahrscheinlich zu einsetzen muss damit der kampf zwar eine ewigkeit dauern aber dann haben wir den wenigstens sowas hier weil wir frecken ein bisschen zu schnell der angekommene schaden und zack aber ich habe lieber einen sicheren sieg als er noch mal eingehen zu müssen weil man irgendwie zwei mystische artes direkt hintereinander auf balladet also überhaupt nicht lustig so das heißt den seine mystische art müsste jetzt noch 4000 schaden machen oder so und nicht alle killen außer der macht das mein gott warum ist sie jetzt nicht verreckt sie hätte doch dings ja die pille ausgerüstet ausgerüstet hätte diese filmstab ja dann ist ja auch doppelte schaden da hätte da eigentlich weiten müssen und ich bin jetzt mal freundlichen zustand wenn ich abbekommen ich schaffe dann immer noch nicht kann sein eingehend ich hoffe es da los kommt trotzdem drei jahre ich bekomme mehr als ich einsetze das gibt es jetzt nicht junge junge ich krieg dir immer noch nicht daumen herzweiter geht ich habe mir erst mal unter 1 million nein gehe nicht auf die losland pille pille das kommt ja wieder läuft gut wir nehmen wir tun den schaden anrichten blöd okay erscheint irgendwie mehr da einsetzen zu wollen ein bisschen nervig ist warum tun jetzt einige davon immer verrecken was soll hat warum tun jetzt einige leute davon jetzt immer bereichnung was soll hat wir überlegen hat auch sonst immer nein nicht erst hell war ich den immer noch nicht kommen dazu weiter geht hey junge sie gibt es da jetzt einfach nicht und ich habe auch nichts was ich gegen mehrere einsetzen kann ich mehrere wieder belegen kann ich werde jetzt nicht noch mal bis level 100 trainieren ja das gibt ich krieg den immer noch nicht da und ich nein geh weg von ihr er ist auch für die verarschung wir müssen jetzt betreibt was ich ja wie viel schaden ich noch krieg es sei was machst du da zum teufel warum tut die nicht wiederbeleben die greift ihn die bahn nein geh weg von ihr ich krieg da kopf warte mal warte mal da kannst du mal wieder guter wiederbeleben ist jährige da gibt es nicht jetzt bin ich wieder auch nicht rechtzeitig wiederbelebt wie weit soll ich mir noch trainieren hey junge ja geh weg ja geh weg ja geh ruhig auf mich los ist junge es zählt ich krieg ja echter kopf und ich kannst du mal die leute wiederbeleben ich kann nicht so ich kann nicht hier für jeden mal meinen links wird vor allem einen trank des lebens oh mein gott oh mein gott wir sagen wir nicht ich bin der einzige auf der welt der so ein problem mit dem das sind wir mal wieder am leben also hat man alles ist ich mich hier hat echt auf nein jetzt macht doch trifft doch das ist ja zwar so schreibt einfach deinen über die mitte so funktioniert das glaube ich nicht der weg ist das sowieso noch mal raus das liegt ja gleich jetzt mal ein paar sekunden am boden hoffentlich was überhaupt nicht zu machen warum verreckt rieter die ganze zeit dadurch und haben da auch immer alle überlebt nein wir weg von ihr wir teilen uns nicht erst verliebt sie wieder danke wir haben uns noch eine leckerei rein die hälfte haben wir kommen mehr als die hälfte kommen ich hab mal übelst nervig dieser post kommt aber was auch jetzt hat er noch mehr von danach ja weil wir nicht wenn ich normalerweise leveln die die finalen boss ja noch mal auf wenn man denkt weil nicht eine optionale dungeon oder so erledigt hat oder irgendwie sowas wie bei richard aus der spf wird jetzt auch nicht normal sein vor allem wieder so dass einsetzende die eine musikart die könnte jetzt vorweg denken aber jetzt setzt er nicht mehr ein ist jetzt ja nur hat einen monstrad hier gerieter gerieter wurde wieder beliebt waren ganz wieder erlebungen oder so gelesen aber die kapitalisierung das könnte wahrscheinlich einer der schwierigsten finalen boss aller zeiten sein wohl eigentlich nicht man kann eigentlich ich bin mir ziemlich sicher man kann auch bis level 200 trainieren also zur not könnte man immer noch hier nein ich brauche dingens halbete zwei bitte das ist aber das war die ganze zeit ja gott ist ja da keine dinge wer wer benutzt er hat gesagt du kannst ja gerade passiert ich will ein ich verstehe nicht warum ich verstehe nicht warum rita jetzt die ganze zeit mal freck noch mal jetzt gehst du weg kann ich mal wieder einsetzen sind dann noch fünf stück nein er macht irgendwas ganz schließt macht der zaubern kann er der halt sich selbst und hat ist jetzt nicht wahr er kann sich auch noch hoch eine haben wir es jetzt nicht weil ich finde schon der post ist schwierig genug das ist jetzt ja auch noch keine verdammt noch mal jeder post in diesem spiel nein ich hatte beides ja ich glaube der ist gut aber sehr gut geil ich glaube von flinnt sehr gut macht mein bester freund sag und eines zähmungs trank es gibt wenn auch in die heiloffensive glaube ich mein schenkel mein schenkel vielleicht haben wir den kommen da war ja noch 150.000 vielleicht tot hier dort da wird jetzt gleich strecken auf irgendein grund genau deswegen nein ich will nicht verrecken danke gott ich bin verliert mit ich setze bei uns auf den letzten erst noch das ein und warum tut sie verrägten jetzt durch mein gott nähne nene jetzt nicht echt oder ich verarschen super hey sagt was kriegt mich hier so auf ja und willkommen mein name ist an die ulp und ich begrüße euch zu was wahrscheinlich der letzte part vor dem finalen boss sein wird unser nicht dritter versuch gegen den finalen boss und ja ich habe trainiert ich bin 90 mit allen charakteren habe alle sachen gelernt die man lernen kann glaube ich hoffe ich meine jahre gut und ja ich habe noch ein paar teile gefahren weil also nicht ich habe mal irgendwann folgenden tippen bekommen für flingen tödlicher retter der sieg durch einen entscheidenden schlag die ultimative technik sie ist jetzt zeichnen als wahren ritters und ja dann bin ich irgendwie weil sie nicht so zu dem schluss geworden dass ich diesen titel wahrscheinlich bekommen habe weil ich tödliche treffer gemacht habe so eine bestimmte anzahl und ja juri hatte auch so einen titel todesfaust kann sein gegner mit einem einzigen tödlichen schlag außer gefecht setzen und ja dann habe ich mich dann irgendwann eingesetzt in dieses schwache gebiet gang habe jeden kleinster schaden gegeben und ja diese titel alle gefahren tier tödlicher pirat oder tödliche lanzen streit reden was alles titel sind für ich nehme an wenn man mal nicht hundertmal irgendwie kritischen treffer macht oder so ich könnte tödlicher treffer und ja habe ich dann für jeden charakter gemacht weil warum nicht und ja ich hoffe wir haben jetzt genug level für den finalen boss weil sonst weiß ich endlich auch nicht mehr wir haben noch alles teile und also was und ja welche einsetzen wenn es sein muss und ja hier ist uns geht aufgenommen dass ich nicht aufgerufen habe also ja wenn das herz einer damen schmelzen Wo ist der stopp aus? Wie gesagt, David, wie ich glaube, was ich sagen kann? Aber es ist so schwer. Mein Name ist doch so, mein Name ist, entweder die angeteiltierten K sucht, aber meine Lieblingskarte, ihr seid immer müde, dass du die Geschichte aus dem Krate Viel Glück! Bei mir gerne... Ja, das ich康elte, wenn ich einen lieblichen Kuchen mag, was mir lebt, aber ich bin sehr froh, weil ich auf meine chose. kräfte 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 glatt okay aber wir haben nachher noch eine aufgabe die wir erledigen können und zwar wir gehen mal nach dann gest weil da ist ja dieser kochwettbewerb anscheinend jetzt wir können jetzt endlich mal ich habe noch irgendwo notizen ich sollte vielleicht mal reingucken ich glaube aber ich habe sonst nix doch mit mit carol habe ich noch eine veränderte art gelernt und zwar todesbeben funke wo sind hier und dort habe ich gelernt indem ich ultimativ göttliche zerstörung noch mal eingesetzt habe mit athen und ja das hat er noch nicht gelernt und ja guck mal wartet sie es kann man jetzt hier rein können wir jetzt ja machen ja wir können was machen gut wo ich ins koch kolossium 1 das möglich eine einleitung einleitung schreiben aber die repräsentanten der gilde hervorragend sobald ihr drin seid könnt ihr nicht mehr zurückgehen oder das kolossium verlassen habt ihr alles vorbereitet keine ahnung die teilnahme wurde bewilligt tut mir leid aber aus hygienischen gründen dafür und erfreut leider nicht nass koch kolossium zumal repeat ist du musst du auslöpfen zu warten so werfen euch tritt an weiß ich doch nicht jetzt mal pettys kochtitel ja ausgerüstet hätte im bruder gewinnen wir bestimmt aber dass das nur mehr ich steuere den richtigen kurs ich enthalte mich besser jeglicher wettstreit zwischen den gilden und dem reich ich warte bei repeat damit die beurteilung für abläuft wird ein mit geht jeder bauchteile jury seien die union werden ehren des wettbewerbs ernannt und denn jetzt zeige ich euch die koch arena was passiert jetzt hier wenn damen und herren dass das ergebnis auf das alle gewartet haben das erste jährliche menü kochduell der fortuna wird gleich beginnen das kochduell wird präsentiert von seiner hoheit e oder der gilden union und dem kurs von seinem markt der fortuna und kerl ist da ganz schön hoch kräftig veranstaltet dieser kleine prinz nichts wichtiges zu tun zuerst erkläre ich die regeln das soll ist aus drei gegen unterteilt vorspeise hauptgang und ein dessert der wettbewerb müssen die jury durch geschmack präsentation gesamte komposition der speisen überzeugen nun zur vorstellung der köche für die gehen von den gourmet empfohlen kochkünstlerin köchin patty ich hätte mal irgendwie ja kochklamotten anziehen sollen für das euch aus den reinen der kassel ich nütze koch flints gifo ward ein fling hochstapler ich enttäusche ich nur ungern aber ich bin der echte wenn ich auf ihrer seite schlägt gebe ich kein paar dauerung der kampf zwischen den ps3 exklusiv characters anders welches gar nicht haben wollen und jetzt mit und weiterverzügend das erste kulturelle fortuna beginnen okay vielleicht ist doch gar nicht so guter koch der vermattelt die ganze zeit immer die rezepte wenn ich mit dem kochen will also ja für team ist seit dem sack haben los kochlöffel weggehen jetzt werden wir die vorbereiten speisen kosten und bewerten okay wird automatisch ja drei jungen dispensoren zwei jungen der wettbewerbe werden die speisen jetzt bewerten es beginnt das kosten und bewerten zuerst die speise ist herauswahl es zweifel köchchen patty es ist jetzt kann man gerade noch essen geschmack geht so ich will das essen wenn jemand anders dafür bezahlt also etwas ist also das gemeine volk schmeckt irgendwie sonderbar kann es habe ich mich bei der wahl des kochs geht nein das kann ich sagen das ist so möglich kommt schon das bereits ende für köchchen patty und die speisen ist heraus war es jetzt reichs koch flitten aber das sieht gut aus sein kunstwert mit dem teller aus leinwand seit wann flint vermasselt wortwörtlich jedes mal irgendwie wenn ich den kochen lasse man sieht nicht jeden tag als weil sie schon angeregt ist dass man zögert hinein zu beißen dieser war das wesentliche am kochen erkannt ist nicht zu unterschätzt klinik macht was ein fraß voll geht ja das ist unsere juli bricht zusammen sie können alle nacheinander aus den latschen meist ja oder was denken sie anscheinend habe ich die falsche wahl getroffen es hatte ich nicht gebundet das tut mir leid dabei dachte ich hätte es gut gemacht ist ein sakrile gegen die kochkonsten sollte sie im schaden versinken ein kulinarischer schwindler mal wieder er einfach dem rezept gefolgt wäre es alles gut gewesen aber er muss ja unbedingt seine eigene note einbringen es kommt auch wenn man rezept nach eigenem gusto verbessern will was war ein disaster und nun wird es zeit für das urteil der heutige sieger das reich koch flindert gewonnen wat danke sap parlor das kann auch nur ein traum sein belege dass ein halbtraum für speisen schmecken grauen voll aber in den anderen kategorien war er besser die sonst werden die regeln auf den seite gewesen deine präsentation einfach nicht gereicht wir freuen uns bei uns auf das nächste jahr wenn die gehen die chance zu eurem wunsch bekommen und dies ist das in der ersten jährlichen menü kochduell der fortuna bis zum nächsten jahre da war doch bitte eigentlich einige sachen hier gemeistert kochen kommt vom herzen verlehrt ich nicht in äußerlichkeiten ich kann ja nichts beibringen soll gelte wirst du stets bekommen sein du jetzt auf meine technik abgesehen das nehme ich dich gerne als lehrling an hat auf jeden fall war es ein guter ich freue mich schon auf euch wieder zu treffen lebt wohl tschüss so sei dass es so lange warten muss das repeat wurf wurf gute arbeit alle zusammen das musst du gerade sagen finden und glaubst dass du für das reich angetreten bist und wenn prinz jona begegnet hat sich hier auf euch alle gewartet habe wenn mich bitte kann ich ja wohl schlechten ein sagen nachher ist doch nicht stimmen ich fand es sehr lustig bitte sehr was habe ich mal irgendwas bekommen ich bin ein perverser ich bin ein perverser okay aber irgendwie habe ich mir jetzt weil ich die belohnung auf du hast du hast da wird nun ich sehe vielleicht noch irgendjemand der mehr was gibt oder so hätte ich vielleicht irgendwie gut abschneiden seiner hätte gar keinen sinn gemacht ich meine so oder so einer aus unserer gruppe hat auch gewonnen also hätte ich ja wohl irgendwie eine belohnung bekommen können ich weiß noch weil ich mit dem rest des parts mache aber es wird wahrscheinlich nicht so lange jetzt hier noch dauern ist jetzt noch ein bisschen kürzer als ich gedacht hätte also ja ich weiß noch weiter machen können und ja ja mach mal noch mit dem rest des parts also bis gleiche